Mike Heiter, 31, und Leila Lahua, 27, können ihre Finger nicht voneinander lassen. Im Januar lernten sich die beiden Reality-Stars im Dschungelcamp kennen, nach den Dreharbeiten funkte es schließlich. Seit wenigen Monaten sind sie nun offiziell ein Paar und teilen ihre Liebe seitdem auch gerne mit der ganzen Welt. Auf Instagram posten Mike und Leila nun wieder ein verliebtes Pärchenfoto. Die Ex-on-the-Beach-Bekanntheit umarmt ihren Liebsten und zieht ihn eng an sich heran. Leila sieht dabei total verliebt aus. Mike scheint die zärtlichen Berührungen seiner Freundin auch total zu genießen. Das ist nicht das erste Mal, dass das verliebte Paar süße Bilder mit seinen Followern teilt. Vor wenigen Wochen postete Mike ein Foto im Netz, auf dem er Leila ganz romantisch küsst. Den niedlichen Schnappschuss betitelte er mit der Bildunterschrift. Momente. Die Fans der beiden freuen sich für sie. Nicht gesucht, aber doch gefunden, kommentierte eine Person den Pärchen-Content. Bei Mike und Leila scheint es ziemlich ernst zu sein. Die beiden planen offenbar schon ihre gemeinsame Zukunft. In einer Fragerunde auf seinem Social-Media-Profil verriet der 31-Jährige. Ja, wir haben uns vor ein paar Tagen sogar die erste Wohnung in Essen angeguckt. Aber wir wissen noch nicht, ob wir ein Haus oder eine Wohnung nehmen. In den nächsten Wochen wollen die beiden weitere Immobilien besichtigen. Haben Sie... Wir müssen... ...箱ом. Wir müssen wir Ihnen begrüßen. Wir müssen Sie bitte dafür expressed. Untertitelung des ZDF, 2020